Hallo hier, Alex aus Wien. Ich habe es wirklich geschafft, wieder einmal hinauszukommen. Es nützt natürlich die Zeit, um einen Grausmau zu trocken. Trotzdem sehr viel los hier im Erholungsgebiet Laerwald. Mal schauen und sehen, was alles ja klappt. Ja, ich bin jetzt wieder unterwegs. Es ist relativ wenig los jetzt im Moment, aber die Jogger werden schon kommen. Ja, ihr seht es jetzt hinter mir. Rapsfelder. Was rauche ich hier? Eine Kawiki. Eine typische Kawiki mit Grausmau. Ja, wir befinden uns hier in einem Teil des sogenannten Bämischen Brauthaus. Ein kleiner Wurstelbrauter, der mehr als 120 Jahre besteht, in seinen Ursprüngen natürlich. Hier waren die Ziegelteiche von Wien. Hier waren bämische Arbeiter, Tschechen, die hier gewohnt und gearbeitet haben und diese so ein kleines Paradies geschaffen haben. Ist natürlich schwierig jetzt, weil alles zu ist. Trotzdem komme ich gern her, um mich dazu entspannen.